ich bin bei der Mannschaften ziemlich genau wie die Hälfte sind doch die Ereignisse in der Nase wir können einmal zwei Spiele die Zequenz doch nein wir machen das jetzt was beschwert sich alle unter dieser Folge weil ich habe es nur getätet haben das schreibt alle Videos Prozent Prozent also ich habe mir so lange noch mal mein Tor an hast du ach so du kannst das Spielhöhepunkte gehen weiter hier sind die richtig hochgegangen Kempel Sporting hat das einsteckst das 1 2 3 verfahren weil es ist ein Teil der Torwart hat sich nur nichtmals bewegt es wird wo aber das also dass das was so das beste Tor okay ich kann ja schon mal hier ein Team um welches an dem Wasser das hätte es mir vollkommen Wursch und das hat das hier das auch speichern können weißt du ob du mir das schicken kann es irgendwie ja ich glaube schon irgendwie ja können wir machen so um erst mal Meldung senden Schramm und die jetzige Folge die jetzt gerade draußen ist den ganz Olaf so gut so hat kommt zum Wochenende wenn es alle nicht versteht er was habe ich hier so will ich dort im Tor bitte bei City die Verbindung zu den Nächsten und Verbrauch das ist Arsch ich sehe hier das sind jetzt los die auskommen dieses was ich kann das nur machen nein jetzt bin ich gerade kapiert ja dann geht es ist die sie sind wieder gelöscht man kann wie die sie sagt ja dann muss das du das an gelungen nun man kann es schon wo ich verletzt ist er hier kommt man Maxine Abwehr befindet sich leider Prozent an der Kirche so er hat das alles so wie ich das haben will Prozent dort kann ich ja auch mal gut sagt nur dass das man mir ich bin ich bin es ist verwirrt 2 was man PC Spielbereit okay ja bin ich muss das nur mit mir beendet ich hätte sie spielbereit mal ab gut für meinen Punkt bekommen ja ich weiß ich sehe es um mich steht und kommen steht es gut wenn sie sagt es noch eine Aufnahme Lina Smart mach einfach das Leben kann das weiter spielen oder wir können also trotzdem weiter spielen menschen ein City also ja okay man sieht ja oder aus der Studie aus als ganz wichtig und er kommt mal hier links Verteidiger Klischee naja das recht rechtes Mittelfeld noch für jedes Mal war und er ist jetzt in Form so ein Kind hat oder so ich bin morgen von den Verkarschen und ich brauche mich so machen aber es war hier Ehe scheiß es war zu spät jeder muss er mit einem in der Folge Katrausser und weil sonst wissen ja schon ich will beim nächsten Mal nehmen okay also kurz nach dem Spiel naja mach ich schon irgendwie ich vertraut ja ja es ist das nicht mann und ich muss mir wieder richtig viel Mühe damit dem Zamt Mail geben erst mal wieder ein Anstoß rein in die Ballmannschaften raus zu finden gegen Leverkusen gespielt Leverkusen Antritt 3 80 Sprung geschwinkt und das wir den Nasten so aber der Verfall der Hälfte so auch die Säule ist ein Teil ich habe geschossen ich habe das ist ein Rücken morgen ja wenigstens was feiern für mich angelassen Prozent also ich bin drin aber ja du warte ich hatte auf das Zeug von den Spielsucht das kann man als Kind oder so hallo und höchst willkommen oder so oder Prozent der Sitzel wir machen das weiter weil ich hätte ich muss mit in der Folge Kartenweil das Verletzte auch weil sonst wissenschaftlich sind wenn sie die Spiele also sind jetzt auch im Endeffekt in einer neuen Folge aber in einer Aufnahme ne Gredo Tor und ich habe noch was zu nehmen geschossen ich bin verheiratet und ich liebe das und ich bin immer wieder in den neuen Juli das ist ein Schwerpunkt der Schwerpunkt der Schwerpunkte der Schwerpunkte ja und dann auch nicht okay wenn die Gegner Siste ja du nimmst einfach den Ball weg Lohr ist Maros das ist ja noch was schon auf der Schenke untergestellt noch mal aufgrund der da ja jetzt bei Richard Seger also die ich glaube die können nichts ich glaube auch gut er hat mich nicht mehr es ist wichtig vor Richard Segel ist nun zu stören ja und keine Ahnung wie viel Platz genug auf jeden Fall wo er das ist halt und also wir haben als gehalten wortspiel so hart hat gehalten und dort also ich weiß dass der Karawakhal Mühnlamen Schnecke ist weiß dass ich nicht das ist ich weiß dass ich zu wenig sicher hier hier steckt ja okay mach ich was hat es weil ich von den Arbeitsraten nicht so geil fand der arbeitet viel zu viel nach vorne auch wenn man die umstellt habe ich mal so in verschiedenen Videos okay Aguero ist natürlich Premium ja und da ist auch direkt mal nicht schicken jetzt egal wir sind Junge können die nicht rennen oder so wir sind richtig OP gegen die okay das heißt wir werden verlieren Max ein schlechter Schuss ja 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 wir haben das Tore des Monats mein lieber Kommentator einer solchen Distanz wir haben das Zoll des Jahres die Treffer verdient gehabt was das sieht nach einer guten Möglichkeit aus das schön geschmiert aber nicht nicht spielen hier ich schicke die 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 verteidigen die Verteidigung von 0 nächstes Jahr ist es Energy authentisch Doktor den der ríe Silib er wir wir Habe ich. Mit einem Klischee, den ich auch besitze. Habe ich nicht. Schade. Okay. Und jetzt geht's aber zur Sache. Da staubt's richtig. Da staubt's richtig. Und nun hat Real Madrid den Ball. Oh. Ja, ja, hier. Du, Alter, da fangt ein geiler Pass. Aber keiner in der Mitte. Warte mal, schaust du. Oh Gott, wenn der Ronaldo. Ronaldo ist beim Einbruch. Oh, nee. Nee, der ist in der Mitte. Das ist Baccio. Hat der Klischee den. Hier. Ja. So, jetzt aber. Fernandinho. War kein Absatz. Nein, nein, habe ich mir den zu weit vorgerichtet. Ja, egal. Wir sind OP gegen die Maxi. Die ziehen wir mal ab. Warte mal, ich habe mal eine Aufpause gemacht. Ja. Ich glaube, ich nutze mal die Schwäche von deren Rechtsverteidiger aus und stelle den einfach mal auf die Links. Wen haben die denn? Abelor, Lamme Kroße, ja. Ja. Ich. Da. Und jetzt Flank. Oh. 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 Warum was tun? Da, das wollte ich dort. Ich habe Verdacht. Ich hasse das. Ja. Ich will Tore machen. Oh Gott. Nein. Nein, dann gibt es mir nicht die Klischee, sondern dir. Junge, aber guckte mal an, was er für eine Scheiße gemacht hat. Also, was er von alle für geile Scheiße gemacht hat. Hier, da guckte das an jetzt. Was für ein herrlicher Treffer. Den hatte ich doch schon eigentlich... Nein, nichts zu machen. Und hier nochmal die Situation aus dem Leeren. Maxi. Nein. Da musste der Ball hin. Wir versuchen das Tor des Monats nicht zweimal zu machen. Ja. Haha. Ich versuchte es aber. Ja, da hält ja hart. Hart gehalten. Muss ich sagen. Ja, ja, komm, du musst es jetzt nicht tausend mal angucken, Typi. Oh. Das war klar. Ja. Da wusste ich nicht, ob ich so Torwart rausziehe. Ich hab's überlegt, aber ich hab's ja nicht gemacht, weil sonst machen sie schon mal richtig brutale Fehler. Oh, scheiße, ey. So. Na, wer war das an piedsstander? Okay. Gehti. Stemmer auf offen. Bestellen müssen wir es auf ausgeglichen. Ja. Möglicherweise. Ah, je, je. Maxi! Jetzt ein weiter Pass für Sergio Aguero. Die Maria. Okay, lass mal über links gehen. Ja. Ja, gehen. Boah. Den habe ich dran gesehen. Ist das Neymar gewinnen? Nein. Neymar bestimmt. Neymar bei Real Madrid. Das ist von mir. Ich meine, Ronaldo. Check, check. Schön. Ich jetzt rett noch mal Aguero. Oh Gott, denn dann steht er denn aus. Scheiße, so ein 2-0-Nachs-Fern ist machbar, aber schwer. Ja, nicht wohl raus. Da hat das Styling nicht gestimmt, deswegen. Ach komm, jetzt guck dir doch nicht alles an. Was ist da los bei dir? Ich glaube, ich wechsle mal gleich den Dingens an. Ja. Jaco. Oh. Für den Negredo, oder? Ja. Junge, was spielt denn der immer für geile... Ach, ja. Wolltest du mich überlupfen, du kleiner. Zigeuner, du. Boah, was war das denn schön angenommen? Was macht Klischee da? Ja, Positioning bei FIFA. Aber es hat der Geil angenommen, oder was ich sagen? Aber, dann ist halt kein Sturm. Ja. Ja. Hier. Hab ich hab's schon. Spielervernehmung. Ja. Negredo, du. Ja, ich wollte eigentlich die Bockletze machen, aber es hat nicht funktioniert. Die Gestrüfte zu 95 und 45 Min. Ja, ja. Ne, Gredo. Ne, Gredo. Boah, ich liebe den. Der machter für mich mal kompflöte, ich mag das Wort. Ne, Gredo. Das ist eine Frucht aus Südamerika. Ok wir können ja noch aufhören kein Ding 12 0 ja das hat man mit dem Mann der Formel nach vielleicht man im Dread zu drei Tore Vorsprung für Spiele in der Hase wir sind immer mehr dass es wird gewesen das heißt trotz dieser knappen Führung ich traue mich überhaupt nicht zu sagen wie es am Ende aussieht ich traue mich auch nicht zu sagen jetzt labern die wir die ganze Zeit scheiße man hat nichts anderes im Hintergrund die zweite Halbzeit läuft ein Arscher der Beute so macht die Ball Eroberung Spaß Mua und die war hier Lohls spielte spielte sich da einfach nur Bälle durch die offenen Räume spielst du schieb er hat die schießen die nächsten Schwach Skruppel die man wie schießt schick-schick geklärt sie sind effektiv ja schauber und er guckt dafür ist die Stimme ein da ist ich würde die Füße gepackt hier gut abgefasst kann er jetzt auch sie haben schon jetzt hier jawohl schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück das Jahrhundert sie alle langweil der Beferd ist kann ich dazu ja er will von dem die Kürbens die Gegenteil der Zweigart der Fernand die Christian wer darf Jürgen Schick vorbeibringen der Verhof gefahren der Mensch ich will man nur vorbilden Robel noch zu da hat sich die Dienst der Absatz ich hab das Gefühl du wolltest er gerade abgrätschen na komm ein Gegner ich bin dort das was so aber auch mit Redo aus der Sturzendung um die Idee wie schnell ist ein Geco ohne Ahnung sie können sich das vom Ort durchsetzen aber wenn du schon welche also werden wir das jetzt nicht schnell Lachamund Ruf für den Kedira die Kilder beide auf denselben Gedanken kann man einfach mal nach vorne zu retten wo auch Fernandinho tritt dreh dreh nach vorne Maxi jetzt gehen wir auf ja genau als ob der jemand mit 95 PS so auffällt ach Touré will nicht ich glaube da müssen wir noch mal die Wiederholung bemühen er bleibt im Ballbesitz Modric was macht der Touré denn da Gerhard wo es nur auf was zum Tor der Wolke ja so was ich hier will wenn dann später in die Mitte schlafen in die Mitte nein optimistisch dass der Gart heute Tomas Position aber trotzdem so da hat er eigentlich gar nicht an den Ball kommen oft Pfff, Touré, was war das denn? Nicht flanken! Okay, dann verkauft er. Schön, Touré, er ist mal aufgepasst. Jeko. Oh, sorry, er war ein bisschen zu spät. Erstmal rennt Jeko, den Typ, ja. Das ist die eine Ronaldo. Nee. Ey, jeder Spieler von denen schneller ist. Ja, ist so. Allons wird fliegen. Nachher, 59 Pels. Hier, Klischee. Ey, sie spielt sie nicht Klischee. Egal. Komm, jetzt langsam witzig. Scheiße, sowas hast du es. Hallo, rücken raus. Ja. Jetzt kommt die Flanke und dann ist das so. Oh, oh, hart, das war, das war schön, das war schön. War hart gehalten. Kommt zu mir. Wow. Rennen doch mal Ferdinio. Ferdinio, was? Er wollte er Vorderlaufen lassen. Dann war er aber doch. Er spielt gut. Na, jetzt nicht mehr. Na, ich bin dran. Ja! Rebound! Nein! Schade. Ja. Okay, wir haben noch... Ich spiele nur auf Offensiv. Was feiern, du? Ja, hart! So muss das. No, bei mir hat es richtig geleckt. Aber hart hat ihn. Okay, 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 okay. Sehr gut, hart. Da war er zu arrogant. Ich stelle sofort auf ausgeglichen. Das geht ja gar nicht. Da war er zu arrogant, der kleine Sparne. Oh, das war unnötig. Aber nicht so schlimm. Ah, schade. Leute. Maxi? Da, nach hinten. Klischee. Kommt der? Ah, schade. Ah, schade. Kerner besiegt uns mal wieder das Momentum. Warte. Wir können es schaffen. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Es gibt ja noch die berühmte 90. Minute. Achja. Modric. So wie eben die 45. Oh, oh. Hoffentlich nun Steady nicht aus. Naja, Ronaldo so läuft halt aber nicht. Oh. Jetzt wird er schießen. Aber, lol, hart, halt die Nummer fest. Oder war der Schuss so hart? Ha, ha, ha. Oh, okay, Jiko ist nicht so. Jiko ist schnell, aber... Moin, Gott, ey. Oh, schade. Ball kommt dann, genau. Oh, 90. Vier Minuten Nachspielzeit. Okay. Hier war Offensive. Ja. Definitiv. Sehr offensiv. Bitte. Jetzt alles oder nichts. Ich meine, wenn wir jetzt defensiv oder ausgerechnet spielen, verlieren wir sowieso. Und wenn wir höher verlieren, macht ja auch nichts. Runter. Hier. Warte. Jetzt die Chance, um zum Ausgleich zu kommen. Komm schon. Nein. Das muss ein kleiner. Oh, kann es sein, dass man in City ziemlich kleine Spakus hat. Ja, kann man es. Jawohl, komm, jetzt schon es jetzt. Oh, das kann nicht sein. Ey, ich würde gerne mal die Passquote interessieren. Warte, können wir angucken. Äh, 65 Prozent. Hier. Oh, das stimmt, ja. Oh, das stimmt, ja. Oh, irgendwie hab ich vollkauft noch ein Spiel, Maxi. Ich nicht. Warum? Tschüss, auf Wiedersehen, bis die Tage. Wenn jetzt auf die Zuschauer warten müssen. Komm, lass uns noch ein Spiel erst mal machen und dann hören wir wieder auf die Zuschauer. Okay, dann haben wir, weil dann hab ich ja, ich wäre ja jeden Tag, jeden Wochentag ein Video hochladen, dann hab ich für Montag. Beim Wochenende kann ich sowieso nicht aufnehmen. Mach noch einmal ein Spiel mit Arsenal. Nein. Bitte, damit wir einmal gewinnen. Dann können wir das nächste Mal auch. Nein. Doch. Witzig, ich hab jetzt Lust darauf, Maxi. Ah, ich hab aber nicht mehr. Ich will das jetzt aber bitte. Sind wir jetzt noch eine Aufnahme? Ja. Ja. Dann werden das immer. Nein. Doch. Witzig, jetzt komm mal bitte. Ich will, ich jetzt lässt es einfach auf. Das ist verursacht. Ich will das jetzt. Kinder, die was man kriegen, das auf die Bollen. ja ja BITTE mach jetzt was ist das denn jetzt für ne Meldung Maxi Torben mach jetzt dann tschüss bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen Alter okay, voll das Arschach, naja egal ciao Leute, vielen Dank für's Zuschauen, bis zum nächsten Mal